Hallo, in diesem Video gezeigt, wie Sie unter Windows 8 von der Login-Oberfläche direkt auf den Desktop kommen, ohne den Umweg über die Metro-Oberfläche zu nehmen. Dazu logge ich mich jetzt hier noch mal ein, dann sehen wir noch mal den alten Stand. Da kommt die Metro-Oberfläche und dann werden wahrscheinlich die meisten Nutzer an einem ganz normalen Rechner weiterklicken auf den Desktop. Dazu brauchen wir nur Classic Shell, haben wir in einem anderen Video bereits vorgestellt, Link in der Beschreibung. Da einfach rechte Maustaste über dem Windows-Button die Einstellungen anwählen, dann haben wir hier All Settings, dann haben wir hier General Behavior und dann haben wir hier Skip Metro Screen. Klicken wir einfach drauf, OK, melden wir uns ab. Und wenn wir uns nun anmelden, dann kommen wir direkt auf den Desktop. OK. Untertitelung des ZDF, 2020